Der erste Tag vom Rest meines Lebens Der Rhythmus der Gezeiten aus Montagen bis Freitagen, aus Morgen bis Abenden, aus Aufgaben bis Erledigungen, vom Jetzt insgleich ist plötzlich verstummt. Inmitten der Gewässer, auf denen ich eilte, habe ich den Motor ausgestellt. Nach wenigen Metern stand das Boot still. Jetzt schaukelt es sanft mit den Wellen. Die anderen Boote sind schon bald nicht mehr zu sehen. Mein Blick kehrt von diesem fernen Punkt, wo alle das Ufer vermuten, zurück zu mir. Es ist still. Nur den Wind kann ich hören und ein leises Plätschern. Das Wasser neben meinem Boot ist glasklar. Ich kann bis auf den Grund sehen. Bis zum nächsten Mal. ăr Untertitelung des ZDF, 2020